In den westslowakischen Bergen liegt das relativ unbekannte Dorf Tichman. Zu deutsch Zimmermannshau. Hier stehen viele alte Holzhäuser, bunt bemalt und gut restauriert. Nur wenige Touristen verirren sich in dieses kleinen Ort. Links. . . . . . . . . Über die Dinge. Gehst du noch einmal bei diesen Häuser vorbei? So was tun ich da beim Auto schon wieder? So wie du siehst? Das ist sicher auch ein Museum, weil da sitzt eine Puppe drinnen. Jetzt gehst du zum nächsten Haus und dann auf die andere Straßenseite. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Da ist ein Auto. Da ist ein Auto. Da ist ein Auto. Das ist ein Auto. Untertitelung des ZDF, 2020 Nach rechts Komm bitte zurück So und zurück und nach links stop und nach links Vielen Dank. 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 Vielen Dank.